Hallo! Los geht's! Geh schon Urlaub, verreisen! So, Chef! Haben wir alles, oder? Ja! Wo der blaue Pfeil ist? Alles klar! Danke! Ankunft 3.50 Uhr Schweiz So, nice! So, auf dem Weg! Anderthalb Stunden noch Jetzt sind wir da! Let's go! Vollgas! Der Rinder! Da ist er! Ja, Mann! Geil! Da haben wir jetzt ein Parkticket! Fast! Mach die Luke zu! Bist du ready? Ich bin sowas von ready! Okay! Okay! Es ist ein bisschen kalt! Aber das kriegen wir hin! Wir sind gut eingepackt! Licht ist auch am Start! Ja, wir sind ja beim Wandern! Hecker! Das ist so anders! Ich brauche schon eine halbe! Was brauchst du? Eine halbe! Eine halbe? Ja, Mann! So, wir müssen das mal umbauen! Das Schal wird jetzt gegen Handtuch getauscht! Kalt wird jetzt gegen... Jetzt wird das Handtuch umgelegt! Wie im Freibad! Da tropft der Rotz Zweispur hinaus! Da oben, der macht drei Kreuze! Da! Stadtmenschen! Jetzt sind wir ein bisschen fertig! Das Käuseln aus der Höhe vom Parkplatz! Siehst du das Licht? Ach du Scheiße! Mein Gesicht brennt auch! Ist es rot? Warte, ich zoome mal rein! Ist es rot? Bisschen, ne geht's! Fünf Klammer! Fünf Klammer! Weiter geht's dann! Ich glaube, der da hinten läuft tatsächlich! Ich glaube, der da hinten läuft tatsächlich! Ich glaube, der da hinten läuft tatsächlich! Von hinten kommt was, ne? So, ist gut! Zwei dritten haben wir! Sehr schön! Na, Chef? Wie war's? Nur noch so! Ist nur noch so gerade! Da ist sie! Da drüben! Ist die Brücke! Trifft Brücke! Zweieinhalb Stunden! Passt! Jetzt nur noch hin! Warten bis bisschen Sonne da ist! Und was geiles! Essen! Das ist Zeit für den Wolf! Die letzten Meter! Und dann! Auch geschafft, Mann! Trifft Brücke! Wahnsinn! Absolut krank! Verdammt hoch! Das ist krass! Das ist komplett behindert! Das sind 100 Meter, Alter! Wie war der Weg hier? Ja! Das ging schon! Das hat sich Wimper gelohnt! Das war Wimper andersrum! Das ist komplett anders! Das bewegt dich! Das bewegt dich nicht! Ich habe bewegt dich nicht! Das sind wir! Das haben wir geschafft, Bro! Wir haben es geschafft! Wir haben es geschafft! Ja, Digga! Es ist krank! Es ist richtig geil! Das muss man machen! Wurscht! Pass auf! Jetzt machen wir den Raclette! Ja, Chef! Und, wie ist es? Swiss Cheese! Wir haben gleichzeitig abgebissen! Wir haben richtig gar nichts drauf! Scheiße! Paprika gibt es fehl, Alter! Das hätte doch mal so einen Flex gegeben! Wir haben richtig angemiert! Wir haben durch die